Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Heute möchte ich Ihnen den Roman Underground Railroad vorstellen von Colson Whitehead. Der Roman ist 2016 auf Englisch rausgekommen und wurde ein Jahr später in Deutsch publiziert, übersetzt von Nikolaus Stinge. Colson Whitehead ist Afroamerikaner, 1969 in New York geboren, aufgewachsen in Manhattan und stammt aus einer Familie der oberen Mittelschicht. Er hat eine sehr gute Schule besucht, dann in Harvard studiert und ist ein erfolgreicher Schriftsteller, verheiratet, hat zwei Kinder und hat sechs Romane geschrieben, ist Essayist, hat journalistische Artikel geschrieben, hat unterrichtet an renommierten Unis und Colleges und die Liste der Namen der Einrichtungen, an denen er unterrichtet hat, kann sich wirklich sehen lassen. 2020 wurde er gewählt in die American Academy of Arts and Letters und 2020 hat er den Pulitzer Prize für The Nickel Boys bekommen. Whitehead ist ein, ja, Shootingstar, kann man schon fast gar nicht mehr sagen, eine renommierte Schriftsteller in den USA und wird immer wieder auch interviewt, wenn es um Rassismus geht und Diskriminierung von Schwarzen. Und hier ist eben ein Artikel aus der FAZ von Anfang Juni dieses Jahres, wo es eben um Rassismus auch geht. Die Underground Railroad hat viele Preise bekommen, sehr viel Anerkennung. Sie ist zum Buch des Jahres erklärt worden und Oprah Winfrey hat sie in ihrer Buchsendung im Fernsehen vorgestellt. Barack Obama hat das Buch auf die Liste der fünf Bücher gesetzt, die er in den Sommerferien lesen wollte. Das Buch hat 2016 schon den National Book Award bekommen, im selben Jahr den Pulitzer Prize for Fiction, 2017 den Andrew Carnegie Medal for Excellence in Fiction, den Arthur Clarke Award, einen britischen Preis und im Herbst 2020 soll eine TV-Serie in Amazon kommen, die die Handlungen dieses Romans fürs Fernsehen aufbereitet. Das Buch ist überwiegend positiv aufgenommen worden, aber es hat auch Kritik gegeben, viel Kritik. Es hat auch Verrisse gegeben und auch gerade der Spiegel hat dieses Buch kritisch gesehen. Worum geht's? Underground Railroad schildert die Sklaverei im Anfang des 19. Jahrhunderts in den Südstaaten und den Fluchtweg, den viele oder einige Schwarze genommen haben, von den Südstaaten in die Nordstaaten. Er schildert das Schicksal der Schwarzen vor dem amerikanischen Bürgerkrieg, der von 1861 bis 1865 stattgefunden hat. 1865 wurde dann die Sklaverei verboten und damit hat sich doch einiges erledigt, was in den Jahren davor an Grausamkeiten, Folterungen, Terror in den Südstaaten möglich war. Ich finde dieses Buch sehr interessant. Es ist ausgesprochen spannend geschrieben, das ist gar keine Frage. Ich finde es darüber hinaus interessant, weil es mir doch auch symptomatisch erscheint, zu sein für eine Art von Literalisierung, Fiktionalisierung von Grausamkeiten, die in der Geschichte der Menschheit stattgefunden haben, in rassistischen Staaten, wie eben zum Beispiel, es gibt auch eine ganze Fülle von Literatur, deren Thema der Holocaust ist oder eben auch die Sklaverei in den USA. und diese Literatur, die sehr, sehr viel Positives hat, weil sie natürlich diese ganzen Grausamkeiten schildert und verurteilt, haben aber auch in gewisser Hinsicht, birgen sie Gefahren, wie ich meine. Das Buch gehört zu den Büchern, die diese Themen hervorragend in Literatur umsetzen. Wie gesagt, ausgesprochen spannend, anschaulich mitreißend geschrieben, ein Page-Turner. Andererseits finde ich als Historikerin vor allem auch, halte ich es immer für eine gewisse Gefahr, wenn historische Themen, die sich durch furchtbare Grausamkeit auszeichnen, literarische Gestalt annehmen, weil sie dann manchmal zu einem reinen Nervenkitzel werden, denen man sich zumutet, wenn man im Urlaub ist oder wenn man abends entspannt auf der Couch liegt. Und das birgt halt die Gefahr, dass man tatsächlich stattgefundene Grausamkeiten, Grausamkeiten, die von Menschen an Menschen gegangen worden sind, letztlich doch als fiktionale Grausamkeiten auch erfährt und damit die Gefahr besteht, dass man die Faktizität herabstuft. Es ist eine Gratwanderung. Gerade was die Literatur über den Holocaust, also die romanhafte Literatur über den Holocaust und auch über die schwarze Sklaverei angeht und dann eben auch gerade ihre Verfilmung im Fernsehen, in Netflix, Amazon-Series oder im Kino. Worum geht es in dem Roman? Es ist die Geschichte der schwarzen Sklavin Cora, deren Großmutter Jari aus Afrika in die Südstaaten entführt wird und in Georgia landet. Coras Mutter Mabel versucht, sich den Grausamkeiten auf der Baumwollplantage der Bröder Randall durch Flucht zu entziehen. Diese Flucht scheint ihr auch zu gelingen. Erst am Schluss des Romans stellt sich heraus, dass das nicht der Fall ist, sondern dass sie in den Sümpfen an einem Schlangenbiss gestorben ist. Die Besitzer aber glauben, dass sie die Flucht geflohen, dass sie die Flucht gelungen ist und werden furchtbar wütend. Vor allem einer der beiden Brüder der Tyrrins entpuppt sich als wahres Monster, der seine Sklaven auf unmännliche Art und Weise quält. Aber nicht nur das. Auch unter den Schwarzen selbst herrscht Angst und Wildkür und Terror. Es kommt zu Vergewaltigungen. Die Situation ist so furchtbar, dass sich einer der schwarzen Sklaven namens Cäsar entschließt zu fliehen und er überredet Cora mit ihm zu fliehen. Er möchte sie als Maskottchen bei sich führen, weil er meint, dass ihrer Mutter die Flucht gelungen ist und vielleicht überträgt sich dieses Glück eben auch auf die Tochter Cora. Es wird sich eben am Ende des Romans herausstellen, dass das nicht der Fall ist, dass Coras Mutter die Flucht nicht gelungen ist. Die beiden fliehen nun mit Hilfe der Underground Railroad, auf die ich gleich zu sprechen komme, durch verschiedene Staaten Richtung Norden, durch North Carolina, Tennessee, Indiana, und sie erleben auf ihrer Fahrt die unterschiedlichen Formen, die Grausamkeiten annehmen können. Denn in diesen Staaten herrschen unterschiedliche Formen der Unterdrückung von Schwarzen. Sie werden verfolgt von einem monströsen Sklavenjäger, einem Kopfgeldjäger namens Ridgeway und seinem schwarzen Boy Homer, die fast bis zum Schluss ihnen auf den Fersen sind, vor allem Cora auf den Fersen ist. Und, aber Gott sei Dank gelingt es ihm und seinem Boy nicht, sie wirklich zu fangen und zurückzuführen. Cora gelingt die Flucht und man kann hoffen, dass sie ein schöneres zukünftiges Schicksal in den Nordstaaten haben wird. Eine wichtige Rolle bei ihrer Flucht spielt eben, wie gesagt, die Underground Railroad. Und was ist das? Die Underground Railroad, die Untergrund-Eisenbahn, war ein informelles Netzwerk von Helfern entlaufender schwarzer Sklaven aus dem Süden und der Versuch, sie in die sicheren Nordstaaten von den USA zu verbringen, aber auch nach Kanada. Die unterirdische Eisenbahn hat nie existiert. Es ist eine Metapher, die für das Netzwerk angewendet wurde, seit es seit circa 1850 in den USA Eisenbahnen gab. Und so wurde das Vokabular dieser innovativen Technik nach 1850 auf das Netzwerk der befreienden Helfer angewandt. Man hat die Worte einfach aus diesem Bereich genommen und auf das Fluchtwerk übertragen. Die ursprüngliche Organisation, das Netzwerk selbst, wurde schon Ende des 18. Jahrhunderts gegründet, circa 1780, und hat zwischen 1810 und 1850 circa 100.000 Sklaven die Flucht in die Nordstaaten ermöglicht. Es gab geheime Routen, Schutzhäuser, Fluchthelfer. Das Netzwerk hat bis 1865 bestanden, bis zum Ende der Sklaverei, und es gibt heute in Cincinnati ein Railroad-Museum, das diese Fluchtwege beschreibt. Eine der wichtigsten Helferinnen, schwarzen Helferinnen, ist Harriet Tubman. Gelebt hat sie circa zwischen 1815 und 1913. Sie hatte den Codenamen Moses, der eben sein Volk ins gelobte Land führt, und sie hat ein Denkmal bekommen, in Harlem, in Form einer stilisierten Lokomotive. Man hat Fluchthelfer mit dem Namen Conductor benannt. Man hat Unterkünfte für Flüchtlinge mit dem Namen Station benannt, oder einen Flüchtling, einen Passenger genannt, und man hat eben diese Begriffe aus dem Eisenbahnwesen genommen, und der Trick von Whitehead ist nun, dass er aus dieser imaginären Eisenbahn, eine reale Eisenbahn macht, die unterirdisch die Südstaaten bis hin in die Nordstaaten durchzieht, die Herrschaft der weißen Rasse auf der Erdoberfläche sozusagen untergräbt. Ein wahres technisches Wunderwerk wird in diesem Roman geschildert, und das ist so anschaulich geschildert, dass Menschen, die weniger Ahnung von Geschichte haben, auf diese Fiktion hineinfallen. Man muss schon genauer wissen, ab wann es überhaupt Eisenbahnen gegeben hat und wie die konstruiert wurden, und ich habe eben, wie gesagt, auch ein paar Freunde, die auf diese Fiktion in dem Roman reingefallen sind. Und nicht nur das, die Eisenbahn betrifft, was die Whiteheads sehr freien Umgang mit historischen Details angeht, auch noch andere Sachen. Ich habe in dem Roman dann immer wieder kopfschüttelnd etwas gelesen, sehr verwundert, und habe das dann nachrecherchiert und festgestellt, dass es so eben nicht real war, nicht historisch ist. Das hat mich dann auch ein wenig befremdet. Zum Beispiel erlebt eben Kora auf der Fahrt in den Norden verschiedene Formen von Unterdrückung und Folter. Zum Beispiel arbeitet sie eine Zeit lang in einem Museum der Kulturen, wo sie als lebendiges Ausstellungsstück in der Welt der Schwarzen fungieren muss, zum Beispiel das Leben auf einem Sklavenschiff beleben soll oder Szenen aus dem finsteren Afrika in lebendige Formen umsetzen soll. Das. Zum anderen werden Eugenikmaßnahmen geschildert, nämlich Sterilisierungen an Schwarzen und Syphilis-Experimente an Schwarzen, die es tatsächlich gegeben hat und die die Weißen an den Schwarzen verübt haben, um ihre Zahl zu reduzieren. Man hatte Angst vor der Überzahl der Schwarzen in den USA. Aber das hat es nicht zu dieser Zeit gegeben, in der der Roman spielt. Desgleichen, die Linch-Justiz des Ku Klux Klan, das ist etwas erst, was es nach dem Bürgerkrieg, nach der Sklavenbefreiung eigentlich so gibt. In dem Roman wird eine Straße der Gehengten geschildert, die es tatsächlich gegeben hat, aber eben nicht in der Zeit, in der Whitehead seinen Roman spielen lässt. Er beschreibt das gekonnt, spannend, schockierend. Er beschreibt die schrecklichsten Foltermaßnahmen, Grausamkeit von Weißen und Schwarzen, auf der Baumwollplantage, durch die Kopfgeldjäger, durch die Gleichgültigkeit der Weißen. Und er komprimiert die schlimmsten Formen, die extremsten Formen auch, der Grausamkeiten in diesem Roman. Er bringt sie alle in eine Zeit zusammen. Und das ist in gewisser Hinsicht, finde ich, doch ein wenig problematisch. Was ausgesprochen positiv an dem Roman ist, ich nenne die positiven Momente, es gibt viele positive Momente, die für diesen Roman sprechen. Der Roman untergräbt den amerikanischen Mythos, der aus den Verbrechen an den Schwarzen eine heroische Legende macht für das gute Amerika, für die weißen Fluchthelfer und für die Helfer, guten Helfer aus dem Norden. Das untergräbt dieser Roman. Positiv ist auch, dass dieser Roman deutlich hervorhebt, wie grausam Menschen Menschen gegenüber sein können. Er hebt sozusagen auch die Grausamkeit ins Allgemeine, macht es zu einem allgemeinmenschlichen Problem. Und das ist etwas sehr, sehr Bedenkenswertes. Was ich eben negativ finde oder problematisch finde, ist, dass man, wenn man das Buch liest und stutzt und denkt, hoppla, das habe ich noch nie gehört und dann recherchiert, stellt man fest, das stimmt eben so nicht, das ist Fiktion. Er vermischt so gekonnt, dokumentarisches mit Fantasie, dass man dann irgendwann stutzt und dann nachrecherchiert und feststellt, das stimmt eben so hinten und vorne nicht. Zum Beispiel zitiert er Steckbriefe entlaufender Sklaven für Kopfgeldjäger, die er der digitalen Sammlung der Universität of North Carolina in Greensboro entnommen hat. Und diese Steckbriefe übertreffen jegliche Fiktionalität. Das ist eine Realität, die in ihnen geschildert wird, die die schrecklichsten Grausamkeiten vor Augen führt. Andererseits wäre es natürlich positiv, wenn mehrere Menschen auf dieses Buch so reagieren würden wie ich, denke ich. Wenn sie wirklich nachrecherchieren würden, welche Grausamkeiten von Weißen und Schwarzen im 19. und 20. Jahrhundert verübt worden sind, weil da kommt man auf so viel Unvorstellbares, auf so viel Furchbares, dass das einfach wichtig ist zu wissen. Also Fazit ist für mich, wie weit darf die Fiktionalisierung von Grausamkeiten, von Terrorregimes gehen, wie weit darf man sie treiben. Ab wann wird das Ganze einfach nur eine nervenkitzelnde, spannende Unterhaltung, denn wir Menschen lieben ja auch Literatur, die uns Grausamkeiten schildert, die uns Fröstl macht. Das ist ja auch ein ganz angenehmer Nervenkitzel, den wir Leser ganz gern haben. Man merkt, dass Whitehead die ganzen amerikanischen Schulungen in Creative Writing kennt. das ist wirklich hervorragend geschrieben. Für mich hat es nur eben all den Mehrwert, den ich in den anderen Romanen, die ich Ihnen vorgestellt habe, nicht hat. Wenn Sie eine Toni Morrison lesen, oder auch eine Sadie Smith, oder eine Adichie, oder auch ein James, in all diesen Romanen erfahren, erfahren Sie über die Grausamkeiten hinaus etwas, was Sie vielleicht vorher noch nicht wussten. Eben zum Beispiel die Narben, die Grausamkeiten an der menschlichen Seele hinterlassen können, wenn Sie an Toni Morrison denken. Und, 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 und. Ich finde, bei Whitehead habe ich keinen Mehrwert gehabt. Es war einfach sehr, sehr spannend geschildert. Der Mehrwert war, dass ich mich dann tatsächlich historisch informiert habe, wann haben diese ganzen Grausamkeiten stattgefunden, wie sind die Zahlen und so weiter. Und dann habe ich mir noch mal ein bisschen Whiteheads eigene Biografie angeschaut. Sehen Sie, Whitehead hat schon als Kind Horror Movies geliebt. Und er erzählt, wie in seinem Elternhaus seine Eltern die Kinder haben leben lassen nach dem Motto laissez-faire. Laissez-faire Parenting nennt er das. Die durften Filme gucken, Videos gucken, die auch low budget waren, ziemlich übel waren Horrorgeschichten und das hat er auch spannend gefunden, das hat ihm sehr, sehr gut gefallen. Und daraus haben sich für ihn ein paar Überzeugungen herausgebildet, wie er sagt, nämlich the lie of civilization of affection. Also schon früh habe er erfahren, dass in der Zivilisation, auch im Gemütshaushalt sehr viele Lügen vorhanden sind. Oder The world is only getting worse at an ever accelerating rate. Die Welt wird immer schlimmer, in zunehmend schnellerem Tempo. Oder A monster is a person who has stopped pretending. Ein Monster ist ein Wesen, das nicht mehr vorgibt, etwas anderes zu sein, als eben ein Monster. Und so schildert er in seinen Romanen die Grausamkeit als allgemein menschliche Eigenschaft und eben hier am Beispiel der schwarzen Sklaverei. Whitehead ist ein begeisterter Pokerspieler, der auch ein Buch über das Pokerspielen geschrieben hat und das Pokerface liebt, das Austricksen und Übertölpeln des Spielpartners. Und ein wenig ist es mir eben mit diesem Roman Underground Railroad so gegangen. Ich habe mich ab einem gewissen Punkt ein wenig ausgetrickst gefühlt, aber das Spiel war so spannend und es ging um so viel, dass es sich auf jeden Fall lohnt, diesen Roman zu lesen. Underground Railroad von Colson Whitehead